Herzlich Willkommen zurück zu Monster Hunter 3 Mal wieder machen wir den Lagiakos Zum unzähligsten Male Man kann es ja nicht oft genug machen Nachdem wir im letzten Part gesehen haben Was passiert wenn man zu viele Drogen nimmt Wollen wir es jetzt mal wieder vernünftig machen? Game over Ja, unser Weg zum Ziel auch Und diesmal wird der Manuel bestimmt wieder sterben gehen Und diesmal gerade zuerst Endes Ah, das tut gut Genau da Nimm das, du Sau Da wird noch ein Stückchen weiter rechts zum Bein Ja Da kann man es selbst nämlich nicht kratzen Hört man das, wie ich den kratze? Ich weiß es nicht Andere Leute kratzen macht Spaß Ich kann es dir nicht übel nehmen, dass du mich im letzten Part Oh, 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 die Quest fängt angenommen Geil, da hat jemand den Boah, den will ich haben Das Ding da, was der hat, hat bei mir 500 Feuer eigentlich Das ist so Bombe Boah, das will ich auch haben Hast du gehört? Blutfalscher Will ich auch haben Kriegst du nicht? Krieg ich wohl Kriegst du nicht? Ich krieg immer das, was ich haben will Puh Äh SNS SNS ist cool Das ist ein McDonalds Kack Ha Besser als dein Was geht mit dir? Wie, was geht mit dir? Wann hast du den Hammer gewechselt? Ja vorhin Hab ich gar nicht gesehen Tja Hab ich wohl überspielt Ja, mit deinem Handy hast du nämlich mal wiederum gespielt Du interessierst dich ja gar nicht für die Zuschauer und Abonnenten Hi Abonnenten Obwohl sie dich eigentlich auch alle lieb haben Nein Sie hacken die ganze Zeit auf mir rum Ja, das ist so Das könnt ihr auch ruhig unter die Kommentare schreiben Ich weiß, dass ihr so denkt Immer alle auf den kleinen Dennis Immer alle drauf Er will doch nur gekratzt werden Gekratzt und gekrault Oh Gott, wir sind ein Haufen Ein Haufen aber mit fast 300 Abonnenten Es wäre jetzt natürlich krass, wenn ich das jetzt sage Und wir schon deutlich mehr als 300 Abonnenten hätten Aber das ist sowieso nicht der Fall Weil YouTube ja wieder irgendwie ich schaff das nicht Hey YouTube wird nicht umsonst Bugtube genannt Weißt was? Versteck dich hinterm Stein Ja, der Stein gibt mir auch eine super Deckung Muss man dazu sagen Also Tolle Idee, Dennis Ich weiß Was war das denn? Das war ein Schlag ins Leere Du weißt aber schon, wie man Waffe rausholen gleichzeitig aufzieht Ich hab die Du hast nicht gleichzeitig aufgetrunken Ja, das will ich auch nicht immer Solltest du aber So Du hast genattelt Werde ich nicht Okay, werde ich Oder? Vielleicht auch nicht Bam Von den eigenen Mitspielern genutzt zu werden Ist natürlich auch immer ganz witzig Oh, jetzt schreien Und jetzt mach den Donner Garantiert Er macht Donner Er macht Donner Er macht Donner Und er macht, er macht, er macht Schwester Und Donner, sag ich doch Aua Hm Lacks sind keine gute Sache Also wer die erfunden hat Der, äh Sollte gefälligst Der sollte geköpft werden Der sollte auch solche Lacks haben Und dann wüsste er Okay Ich muss mein Programm anscheinend verbessern Oder vom Markt nehmen Oder sie sollten einfach so Sachen Fraps Der Erfinder von Fraps Sollte das billiger machen Oder kostenlos Und vielleicht sollten hier gewisse Leute Sparky Nicht immer auf uns drauf kloppen So Du weißt schon, dass seine Ausdauer irgendwann im Arsch ist? Irgendwann, aber es dauert noch Hauptsache ich kann ein bisschen drauf hauen Weil drauf hauen ist immer gut Und wir haben Wasserschaden Das ist nicht gut Und Donner, Alter Du hast Wasserschaden Donnerschaden Es fehlt nur noch, dass du anfängst zu brennen Im Wasser Aber wir wissen ja jetzt aus Super Mario Es gibt Feuer unter Wasser Ja Vielleicht war das eine Magnesiumfackel Hm Du hast noch Chemie, oder? Ja Okay, dann kannst du nicht mitreden Du weißt ja schon, was ein Magnesiumfackel ist Du bist Gymnasisch Spaß Ich gucke Ich habe ihn gerade mit großen Augen angeguckt Und fragenden Blick Also ich glaube jeder weiß, was das ist, oder? Das sind diese Dinge Wunderkerzen Wunderkerzen? Ja Wunderkerzen für unter Wasser Die leuchten meistens rot Ja und jetzt nimmst du dir ein kleines Plüschbädchen und Ey, wenn ich das am Kopf kriege, ey Dann garantiere ich aber für nichts mehr Glaubst du es tut nie, wenn man das voll in die Fresse bekommt Du kannst dem Lagiakus gleich voll in die Fresse hauen, ja? Oh Ja toll, es leuchtet, wow Das blöde Welchchen, Mann Wann hört das auf zu leuchten? Ich weiß es nicht Jetzt hat es aufgehört So, da unten ist mein Opfer Guck mal, wie schön das leuchtet Ich bin gerade irgendwie Irritiert sich das? Eigentlich nicht Das muss wieder angehen Nein, jetzt macht er seinen Megadonner Irritiert es dich jetzt? Nee Gar nicht? Ich kann mich eigentlich gut auf eine Sache konzentrieren, wenn ich will Okay Dong Dong Jetzt irritiert, jetzt hol ich es an den Kopf Krieg Puh Ey, ne! Boah Dennis, wenn du das noch einmal machst, ey Dann garantiere ich auch für nichts mehr Das ist total Und dann wirst du rausgefeuert, ja? Okay Ja wie, okay? Okay Ist dem egal Okay Wirst du rausgefeuert Ich find das Teil nur voll inspirieren Wirst du auf den eigenen Kanal verbannt Jo Den Dennis äh, kraulet sich aufm Sack-Kanal Wer sagt denn das denn überhaupt noch Let's Placer? Au! Ja, sie ist ja selbst schuld, wenn du mit einem blöden Bänchen spielst Ich bin voll auf mein Aua gehauen Ist doch scheiß Kugel Okay Oh geil, ich hab irgendwas kaputt gemacht Ich dachte, ihr hätt schon Hauptfest Ne Wo denkst du hin? Also mal ehrlich Ja, ich fang jetzt schon an mit grünen Plüschdingern zu spielen Also bing 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 Was ist noch nicht mal aus Plüsch? Nein, es ist so aus Gummi und hat einen harten Kram Warte Stillhalten Stillhalten Lass mich bloß mit den Bädchen in Ruhe, ja? Ich will hier nur diesen blöden Lagiacrus dauernd bekommen Damit ich dann endlich und irgendwie Ich weiß nicht, mehrere Stunden mit Dennis zu let's playen ist keine gute Idee Besonders nicht, wenn man den Lagiacrus machen will Lala Lala Lagiacrus Lala Lala Lagiacrus Wir hassen dich Wir lieben dich Wir verehren dich Wir töten dich Der Lala Lagiacrus Du bist ein dummes Kind Und Genauso wie Manuel's Rind Lagiacrus Lagiacrus Ach Eines Tages bringe ich den um Da 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 Ich find die Kugel einfach nur voll inspirierend Die sieht aus wie ein Eldi Äh Ist keine gute Idee oft Lagiacrus zu machen Ne Das ist glaube ich Hirnschwund, oder? Das ist besonders bei dir Hirnschwund, also Hä, grüne Glitzerkugel Ja, wow, grünes Licht Ja, wow, grünes Licht Äh Ich sollte eine Playlist erstellen In die ich alle heutigen Monster Hunter 3 Videos reinsetze und dann nehme ich diese Playlist Der geistige Zerfall eines Realschulers Hehehe Geleuchtet Vielleicht hab ich grad eh ein bisschen von deinem Essen abbekommen Dein Koks Hauptquest erfüllt Ja geil, wie toll ist das denn? Da freut sich doch das güne Bällchen Ey, das gibt's nicht Und sowas kommt ins Internet Dona 300 Abonnenten Für immer Hehehe Jetzt gib mir das Güne Ich will das auch haben Ich will auch das Güne Bällchen haben Nenn das besser Die Playlist der Zerfall zweier Nein, der geistige Zerfall zweier Let's Player Genau, wir waren mal gebildet Es leuchtet Ehh, Trollface Hä? Gilt das? Jawohl, ist dir ja Gilt das her Gilt das her Her damit Oh, Quest erfüllt Toll, geht das trotzdem her Gilt das trotzdem her Und ähm Und ähm Und äh, ja Dann verabschieden wir uns für diesen Part schon soweit Äh, sind wir noch aufgestiegen oder so? Das müssen wir gleich auch noch gucken Ähm, das braucht keiner, nö Und aufgestiegen sind wir nicht Und bis zum nächsten Part Bis dann und tschau